ja moin ich bin gerade noch ein bisschen mit meiner drohennamen spielen naja aber auch damit kann man aufhören um den soundcheck richtig losgehen zu lassen ich denke mal das ist alles kränklicher als sonstigen etwas da ich natürlich auf letzten endes wahnsinn geil werde als sonstigen jemand hier gerade auf dieser erde während ich einfach nur mal wieder entfernte und zwar mich von dem was ich hier jetzt ehrte mit dem was ich schon wieder lieber im freestyle gerade niemals sehe während ich einfach nur mal wieder ehrte und zwar jetzt gerade was entehrte und zwar jetzt gerade was ich hier nicht bärtigerweise schon wieder lehrte sondern einfach bloß mal wieder wiederkehren ließ während ich einfach nur wieder ehrte und zwar mich selbst mit dem was ich hier nicht so ernte während ich einfach bloß jetzt gerade mit meinem sprachlosen kram jetzt gerade einfach nur so im kuren Stoß der Worte jetzt gerade was geben wollte ach ja stimmt ja dass ich hier nun einmal wer bin ach ja stimmt ja der Herr der Werben oder doch nur der Worte werden hier jetzt gerade einfach nur so sortiert und zwar die ganzen verstorbenen Zungen hier dann ist es hier garantiert nur einmal zu dem was hier fasziniert während ich einfach nur mal wieder fast die Blasphemie jetzt gerade drin habe dann ist das einfach nur eine gesündete Frage ob ich hier bestimmt wieder zerschlage oder doch nur etwas anderes klage und zwar mich gerade mit nämlich dem Soundtrack an und für sich bitte 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 Vielen Dank.